Am 19.02.2021 habe ich so ausgesehen mit einem Gerstenkorn im Auge. Ich hatte wirkliche Schmerzen und musste dennoch an zwei verschiedenen Verfahren teilnehmen im Amtsgericht. Das erste war bei einer unbarmherzigen Richterin namens Pruss Steinigeweg. Die hat mich abgeurteilt in der Sache Dickmann. Wie gesagt, ich kann es ja jetzt beweisen, was Dickmann gemacht hat, dass er der Anstifter von diesen ganzen Falschaussagen war. Und gehe jetzt auch dagegen vor. Meine Videos sind äußerst und extrem wichtig. Und sie unterliegen der Pressefreiheit, meiner künstlerischen Freiheit und auch meiner Meinungsfreiheit. Deswegen, wenn ihr so ein Auge gehabt hättet, dann hätte euch normal jeder Richter nach Hause geschickt, der das gesehen hat. Diese beiden Frauen, die andere hieß Ira Siegemeier, und die war genauso brutal wie Pruss Steinigeweg. Ich habe allerdings im Nachhinein auch diese beiden Verfahren gewinnen können, weil ich dagegen vorgegangen bin. Es ist unglaublich, was mir von dem Gericht in Münster zugemutet wurde. So alt war ich in Koblenz, als ich am Theater war. Das war die Zeit. Und der Herr Burg sagt, Sie waren noch älter. Ich meine, geht's noch. Das ist unfassbar, was hier abgeht in dieser Stadt. Aber ich werde dem Gericht beweisen, dass ich unschuldig bin und dass diese Quälerei endlich, endlich aufhören muss.